So, das ist meine Benzinanzeige. Klebio! Ja, wir wissen also, der Tank ist noch halb voll. Warum der jetzt keine Benzinanzeige hat, weiß ich nicht. In dem Bau gab's das wohl noch nicht. Keine Ahnung. Halb voll, ab von Hoff. Es ist so heiß hier. Wir haben schon wieder über 40 Grad. Boah, mein Engel, ich glaube, wir brauchen doch keine vier Klimaanlagen. Wie siehst du denn aus? Ja, das ist auch echt kalt. Duschen kann ich ja nicht nur in meiner eigenen Dusche. Duschen kann ich überall auf der Welt. Kommt da einfach mal mit. Voila! Hier in Texas ist das ja immer so mördermäßig warm. Das Beste ist, man kauft sich einen Kühlschränk, um seine Hüte aufzubewornen. Das war zu kalt. Das geht schon. Das ist das Beste. Das geht schon. Das ist das Beste. You're near for him